Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Asviva Indoor Cycle S8 Pro Speedbike. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Heimtrainer-Fahrrad für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Fitnessgerät unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Sport und Fitnesstraining zu Hause ist schon seit einigen Jahren ein sehr großer Trend. Doch warum ist das eigentlich so? Warum geht man nicht eigentlich nicht einfach ins Fitnessstudio, wo viele Geräte auf einen warten? Nun ja, viele Leute fühlen sich da beobachtet und irgendwie unwohl und zu Hause sparst du erstmal diesen Weg zum Fitnessstudio und du hast halt deine Ruhe. Du kannst in Ruhe trainieren, deine Musik anmachen und fertig. Deswegen finde ich die Anschaffung von auch etwas teureren Fitnessgeräten für zu Hause durchaus sinnvoll. Was dieses Heimtrainer-Fahrrad hier anbetrifft, so gefällt mir wirklich, was du für dein Geld bekommst. In meinen Augen ein ordentliches Trainingsgerät zu einem fairen Preis. Aber das soll natürlich jeder Sportsfreund selbst beurteilen. Ich will dir dieses Fitnessgerät natürlich auch keineswegs aufquatschen. Ich werde dir auch auf jeden Fall noch ein paar generelle Tipps zum Thema Sport und Fitness mit auf den Weg geben. Denn mit so einem Heimtrainer-Sportgerät hier, in dem Fall, trainiert man ja häufig seine Ausdauer. Das ist zum Beispiel gut, wenn man auch gerne joggen geht, wenn man auch gerne schwimmen geht, wenn man auch gerne draußen Fahrrad fährt. Dann hat man einfach ein Trainingsgerät, mit dem man das auch mal zu Hause durchführen kann, wenn die Witterung draußen mal nicht passt oder so. Und genau, natürlich können hier auch die Kilos purzeln, aber da haben viele Leute immer zu hohe Erwartungen, habe ich das Gefühl. Sie denken sich, okay, ich kaufe jetzt irgendein super teures Fitnessgerät, irgendwas, was hier gut funktioniert, und dann purzeln die Kilos von alleine. Das ist natürlich Quatsch. Denn was viele Leute vergessen ist, wie wichtig die Ernährung beim Sport- und Fitnesstraining ist. Du kannst so viel strampeln, wie du willst. Es bringt dir leider nichts, wenn du deine Ernährung nicht knallhart durchziehst. Deswegen möchte ich das hier auch sehr gerne noch einmal für dich betonen. Nur als wichtiger Tipp und Hinweis für dich an dieser Stelle. So, das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Heimtrainer-Fahrrad gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein nützliches Fitnessgerät zu einem fairen Preis erwerben kannst. Das ist aber natürlich auch nur meine Ansicht. Das ist auch nur, ja, so wie ich das sehe. Also mach dir auf jeden Fall noch dein eigenes Bild zu diesem Fitnessgerät. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du dich für das Training zu Hause interessierst. Es gibt halt einfach Umstände, die dazu führen, dass man nicht mehr draußen trainieren kann, was dann natürlich blöd ist. Aber drinnen kann man das gut nachholen. Und vor allem langfristig sparst du natürlich Geld, wenn du jetzt im Fitnessstudio nur dieses Gerät benutzen würdest. Dann kannst du dir ja so eins auch einfach mal nach Hause holen und alles ist super. Auch die Optik ist ganz schick von diesem Heimtrainer-Fahrrad. Ich denke nicht, dass du das irgendwie verstecken musst, dass du das irgendwie mit einem Handtuch abdecken musst oder so, wenn Besuch kommt. Das kann man durchaus präsentieren. Aber viele Leute holen sich auch gerne einen Fitnessraum für so eine Trainingsgerätschaften, oder so einen eigenen kleinen Raum halt. Ich würde dir empfehlen, mindestens einen Raum zu nehmen, den man auch irgendwie belüften kann mit einem Fenster, weil sonst wird die Luft sehr schnell stickig beim Training und das macht dann ja auch keinen Spaß. Naja, insgesamt betrachtet halte ich dieses Heimtrainer-Fahrrad für empfehlenswert und gefällt mir. Das Amazon-Angebot zum Heimtrainer-Fahrrad werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao.